Er wird mir fehlen, auf jeden Fall. Ich denke nicht nur mir, allen anderen auch. Wahnsinnstyp und ja, ich wünsche ihm viel Erfolg weiter, wo er spielt. Weltklasse-Typ, muss man einfach so sagen. Super nett, super sympathisch, alle Kinder lieben ihn hier. Kommt völlig authentisch rüber von Beginn an. Ja, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich bin da nicht traurig, weil er schon ein großes Loch hinterlässt und immer mal für den Spreaching gut war. Ich muss ehrlich sagen, es waren drei wirklich ganz, ganz tolle Jahre. Ich habe sehr, sehr viel erfolgreiche Momente hier gehabt. Ganz toller Verein, ganz tolle Menschen hier, die das Ganze hier in der Hand haben. Es gibt wirklich absolut gar nichts zu bemängeln. Ich werde die Zeit hier definitiv vermissen. Wahnsinnstyp, einfach nur ohne Ende Lebensfreude und ja, ich werde ihn vermissen. Ich kam als König und gehe als Legende. Ich werde ihn schon länger mit unserem Japon in der Hand geben wollen, und ich werde ihn verliehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020